So Leute, im heutigen Video müssen wir uns hierüber unterhalten. Momentan sprechen alle darüber, dass wir am 15. September, also in gerade mal zwei Wochen, einen riesigen Bitcoin-Dump sehen werden. Und genau aus diesem Grund müssen wir uns unbedingt darüber unterhalten, weil die Sachen, die sind jetzt tatsächlich nicht ganz so, wie sie aussehen. Und ich will nicht, dass ihr eure Entscheidung auf Grundlage von Leuten trefft, die eben versuchen, euch hinter das Licht zu führen. Falls ihr im Besitz von Kryptowährung seid, dann wollt ihr dieses Video also auf gar keinen Fall verpassen. Ich habe auch noch einige Indikatoren mitgebracht, die wir abarbeiten werden. Und damit willkommen zurück, meine Freunde. Mein Name ist David und ich bringe euch jeden Tag Krypto-Videos und zeige euch, wie ihr Geld machen könnt. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, dann abonniert den Kanal und vor allem aktiviert auch die Glocke und dann lasst uns auch direkt mal loslegen. Als erstes habe ich ziemlich viele Informationen mitgebracht, viele wichtige Informationen, falls ihr Kryptowährung besitzt. Weil ich werde morgen kein Video machen können und höchstwahrscheinlich werde ich es auch Samstag nicht schaffen. Aus diesem Grund habe ich euch heute umso mehr Informationen gebracht, die wir abarbeiten müssen, damit ihr eben für die nächsten Tage vorbereitet seid. So, dann lasst uns mal über Bitcoin sprechen. Was man hier sehen kann ist, also Bitcoin möchte immer noch weiter nach unten gehen, aber meine orangenen Box ist einfach eine viel zu starke Unterstützung für Bitcoin, dass wir jetzt schon darunter brechen würden. Wenn wir mal zu den traditionellen Märkten wechseln, auch auf dem 4-Stunden-Shot, da können wir sehen, auch die traditionellen Märkte haben ja eigentlich ziemlich anständige Abwärtsbewegungen hinnehmen müssen. Wir sind nach unten gegangen, befinden uns momentan unter diesem Unterstützungslevel. Und obwohl die traditionellen Märkte jetzt nach unten gegangen sind, findet sich Bitcoin eigentlich immer noch gut an der Unterstützung. Die orangenen Box ist wie eine kleine Betonmauer, schwer zu überwinden. Wenn die traditionellen Märkte weiter nach unten gehen sollten, dann kann das natürlich auch nicht viel länger halten, aber momentan, genauso wie wir auch erwartet haben, hält das Ganze, wie gesagt, wie eine kleine Betonmauer. Es ist also ziemlich gut für Bitcoin zu sehen, dass sich Bitcoin immer noch relativ gut darüber halten kann. Jetzt kommen wir mal zum Daily Chart. Wie ihr wisst, wir haben ja über dieses massive Falling Wedge gesprochen. Und was man jetzt sehen kann, ist, dass wir schon mehrfach, wirklich mehrfach versucht haben, dieses Wedge zu durchbrechen. Aber bis jetzt ist uns das Ganze noch nicht gelungen. Ich meine, vielleicht dauert das Ganze jetzt noch ein paar Tage länger, vielleicht vier oder fünf Tage, bis wir ein massives Breakout entweder nach oben oder nach unten sehen werden. Auf jeden Fall solltet ihr euch unbedingt auf diese Sache vorbereiten, je nachdem natürlich, wohin das gehen wird. Die tendieren nach oben auszubrechen, öfter als nicht. Klar, die können auch nach unten ausbrechen, aber wie gesagt, in den meisten Fällen brechen sie eben nach oben aus. Wir haben hier also eine bullische Tendenz. Aber ja, die traditionellen Märkte sehen halt noch wackelig aus. Und Bitcoin hält sich an sich immer noch relativ gut. Die orangene Box rettet Bitcoin momentan. Deshalb muss man unbedingt auf diese Unterstützungslevel achten, die ich hier auf meinem Chart eingezeichnet habe. Weil die rettet einfach Bitcoin im Moment. Und sollten die traditionellen Märkte weiter nach unten gehen, wie ich bereits gesagt habe, kann auch das leider nicht mehr allzu lange halten. Beobachtet also die traditionellen Märkte. Dann auf dem Weekly Chart. Auch hier sollten wir nicht vergessen, dass wir das Hashribbon-Signal haben. Dieses Signal hat in der Geschichte von Bitcoin, hat sich noch nie geirrt. Ich meine, klar, das Ganze ist jetzt auf einem längeren Timeframe. Das bedeutet, auf einem kürzeren Timeframe könnten wir rein theoretisch weiter nach unten gehen. Wir könnten sogar noch einmal das Low bei 17.500 antesten, ohne dass dieses Signal invalidiert werden würde. Das Ding ist, wie ich ja mittlerweile auch schon erklärt habe, das Ganze ist auf dem Weekly Chart. Das bedeutet, nur weil das Hashribbon-Indikator bei Signal gekommen ist, bedeutet das nicht, dass wir direkt wieder nach oben gehen werden. Sondern, das dauert eine ganze Weile. Es kann sogar ein bis zwei Monate dauern, bis wir dann endlich nach oben gehen. Es bedeutet halt in erster Linie nur, dass wir nicht noch einmal unter das vorige Low gehen. Sobald das passieren sollte, dann wäre das Ganze invalidiert. Vorher allerdings nicht. Und jetzt lasst uns mal hierüber sprechen. Das ist das gleiche an Pfad, was wir eigentlich letztens auch schon gesehen haben, damit das Mt. Gox seine Bitcoin verteilt. Auf jeden Fall wurde jetzt dieser Brief hier verschickt. Startdatum 15. September. Und hier geht es um diese Rückzahlungsfrist. Wenn man sich jetzt einfach mal die Oberfläche anschaut und sich nur die Überschrift anschaut, seid ihr bereit für den Mt. Gox-Damm? Dann verbreitet das natürlich ziemlich viel Panik an dem Markt. Aber die Dinge sind nicht ganz so, wie es scheint. Weil das bedeutet nicht, wie ich auch vorher schon gesagt habe, das bedeutet nicht unbedingt, dass er die gesamten Bitcoin, die ganzen 140.000 Bitcoin genau zu diesem Zeitpunkt verteilen wird. Stattdessen, worum es hier eigentlich im Grunde genommen nur geht, er nennt hier einfach nur das Datum, ab wann man seinen Anspruch nicht mehr verkaufen kann. Wenn ihr das Ganze nicht genau wissen solltet, die Leute, die durch den Mt. Gox-Hack Geld verloren haben, ihr konntet euren Anspruch verkaufen und ich glaube, ihr konntet so rund 50% oder sowas bekommen. Ich kann mich jetzt nicht genau erinnern, aber darum geht es ja auch gar nicht. Es geht darum, dass man seinen Anspruch verkaufen konnte und genau darum geht es. Und ja, wir verstehen, die Sprache ist hier kompliziert, aber es gibt hier trotzdem eine Menge Fehlinformationen. Lass uns mal hier weitermachen. Also der hervorgehobene Teil besagt nicht, dass er diese ganzen Coins am 15. September verteilen wird. Die Art und Weise, wie das Ganze hier funktioniert, ist, dass Mt. Gox die Bankdaten und Börseninformationen von Tausenden und Abertausenden von Leuten benötigen wird. Die werden sie von den Gläubigern sammeln müssen. Und das, meine Freunde, wird eine ganze Weile dauern. Wochen, Monate, keine Ahnung. Keiner weiß das. Der Prozess wird langsam sein. Und dieser spezielle Brief hier dient eigentlich lediglich dazu, eben die Forderung zu verkaufen. Hat nichts damit zu tun, dass die Bitcoin am 15. September verteilt werden. Obwohl, ich meine, wir werden sehen, dass die Bitcoin irgendwann einmal verteilt werden. Aber auch dann wird es nicht alles auf einmal sein. Und es wird auch hier ein langsamer Prozess sein, genau wie Eric Walt gesagt hat. Und nebenbei bemerkt, Eric Walt ist ein Gläubiger von Mt. Gox. Er bekommt diese Briefe nun mal aus erster Hand. Im Gegensatz zu vielen von den Leuten, die sich einfach nur die Schlagzeilen anschauen, diese Informationen nehmen und dann fatt verbreiten. Dieser Typ weiß tatsächlich auch, wovon er redet. Oder vermutlich weiß er zumindest, wovon er redet, weil er eben ein Gläubiger ist. Und das sind eben die Briefe, die er bekommen hat von Mt. Gox. Also, ja Leute, fallt nicht auf diese Leute rein, die euch fatt verbreiten möchten. Sie versuchen, euch hier hinters Licht zu führen. Und jetzt kommen wir mal zu ein paar bullischen Nachrichten, über die ich noch sprechen möchte. Grundsätzlich sind die Ethereum Funding Rates momentan auf den niedrigsten Stand seit Juni 2021 gefallen. Viele Leute spekulieren im Moment, dass es zu einem massiven Short Squeeze kommen könnte. Das ist jetzt ein bisschen schwer zu erkennen, aber wenn man sich das hier mal anschaut, ganz, ganz rechts, dann haben wir das Rote hier, das hier, das sind die negativen Funding Rates. Die negative Funding Rate für Ethereum in diesem Moment, die blaue Linie, da ist der Ethereum-Preis. Das letzte Mal, als wir uns bei diesem Level befanden haben, das war im Juli 2021. Und im Juli 2021, als eben die Funding Rate so negativ gewesen war, und im Übrigen, warum sind Funding Rate überhaupt negativ? Weil man sieht, dass mehr Leute Shorten als Long gehen. Wenn die Funding Rate also ziemlich negativ ist, haben wir unfassbar viele Leute, die Short gehen. Wenn jetzt Bitcoin, oh nee, nicht Bitcoin, wenn in diesem Fall Ethereum anfängt zu steigen, könnte das zu einem massiven Short-Squeeze führen. Weil wenn der Ethereum-Preis eben in den Gegensätze Richtung zu der Short geht, das heißt, er geht nach oben, dann könnte es dazu führen, dass diese Leute ihre Position nämlich zurückkaufen müssen, was dann zu einem massiven Short-Squeeze führt und den Ethereum-Preisen die Höhe treibt. Im Grunde genommen ist das auch genau das, was wir im Juli 2021 gesehen haben. Wir hatten einen massiven Short-Squeeze, Ethereum ist gestiegen. Im Grunde genommen spekulieren momentan viele Leute, dass Ethereum nach den Meldungen nach unten geht. Deshalb sind auch so viele Leute in die Ethereum-Shorts eingestiegen. Vielleicht werden sie auch recht haben, vielleicht wird es nach dem Merch zu einem leichten Kursrückgang kommen. Aber nichtsdestotrotz, es ist eine ziemlich gefährliche Situation, wenn es so viele Shorts gibt, wenn man da noch Short geht. Das ist also definitiv eine Sache, worauf ihr achten solltet, dass es hier zu einem Short-Squeeze kommen kann. Und wenn man sich auch mal die OKX-Funding-Rates anschaut, dann kann man auch hier sehen, ja, die Funding-Rate liegt bei momentan an minus 1%. Das bedeutet, wir können hier selber verifizieren, dass wir momentan eine negative Funding-Rate auf OKX haben. Und jetzt lasst uns einmal hierüber sprechen. Das hier, das ist eine Sache, die habe ich euch schon einmal gezeigt, aber nichtsdestotrotz, bleibt auf jeden Fall dran, Leute. Ich muss euch das unbedingt zeigen. Also, was wir hier unten haben, das ist die S&P 500-Breite. Im Grunde genommen, was das hier bedeutet, ist, dass es der Prozentsatz der Aktien, die über ihrem gleitenden 50er-Tage-Durchschnitt liegen. Also, eigentlich eine ziemlich einfache Sache. Wir haben den S&P 500 hier in weiß, dann haben wir den Bitcoin-Preis hier in gelb oder orange, je nachdem, wie ihr das nennen wollt. Dann haben wir hier noch die Breite des S&P 500, also den Prozentsatz der Aktien, die über den gleitenden 50er-Tage-Durchschnitt liegen. Auf jeden Fall, was man hier sehen kann, ist, dass jedes Mal, wenn wir von diesem niedrigen Level unter 10 bis auf über 90 gestiegen sind, dann hat das immer zu einer großen Bitcoin-Rallye geführt. Schaut mal, hier, 2009, wir sind nach oben gegangen und ziemlich genau bei diesem Punkt, als wir über die 90 gestiegen sind, hat Bitcoin wieder angefangen, nach oben zu gehen. Auch hier, da sind wir von unter 10 bis auf über 90 gegangen. Boom, wir sind von unter 10 auf 90 und auch hier, boom, großer Run für Bitcoin. In der Geschichte von Bitcoin ist das jetzt schon ein paar Mal passiert. Auch 2016 das Gleiche. Wir sind von unter bis auf über 90 gegangen. Boom, großer Run, großer Run. Dann auch hier, großer Run. Und jetzt ratet mal. Genau das können wir hier wieder sehen. Ich meine, wird es dieses Mal vielleicht alles anders sein? Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal. 6 von 6 Mal hat es zu einer großen Rallye für Bitcoin geführt. Wird es vielleicht beim 7. Mal nicht der Fall sein? Das müssen wir natürlich abwarten. Aber ich gebe euch hier einfach diese Information. Das ist ein Indikator, der sich zumindest in der Vergangenheit als mega zuverlässig erwiesen hat. Deshalb, vielleicht wird es auch diesmal wieder so sein. Zu guter Letzt will ich jetzt noch einmal über Michael's Strategy sprechen. Oder eher über Michael Saylor. Der wird auf 25 Millionen in Steuern verklagt. Also, ja, ich hoffe mal, dass Michael sich hier aus dieser Sache rauswinden kann und dass er keine Bitcoin verkaufen muss. Ich meine, er ist ein Milliardär. 25 Millionen könnten vielleicht nicht ganz so schlimm für ihn sein. Aber nichtsdestotrotz, für mich fühlt es sich irgendwie ein bisschen so an, als ob er hier ins Visier genommen wird. Ich meine, er ist ziemlich stark in Bitcoin eingestiegen. Er hat diese ganzen Leute, die gegen Krypto sind, auch in den oberen Reihen der Macht, die Leute, die sozusagen, also sozusagen ziemlich mächtige Leute hat er gegen sich gebracht. Und Michael Saylor könnte wahrscheinlich vielleicht als kleiner Feind gesehen werden, weil Michael Saylor eben für Bitcoin ist, für Dezentralisierung. Also, ja, traurig zu sehen. Aber ich hoffe, dass er, ja, dass er sich irgendwie wieder aus dieser Klage rauswinden kann oder die Klage gewinnt. Wir drücken die Daumen für Michael Saylor. Er hat sich persönlich noch nicht geäußert, aber ich bin mir sicher, dass er mit der Zeit wieder auf die Beine kommen wird. Und im Grunde genommen war es das auch schon für heute. Ich hoffe, euch konnten die Informationen helfen. Falls ja, lasst unbedingt ein Like und ein Kommentar da. Teilt das Video mit euren Freunden und wir sehen uns dann im nächsten Video.